Die Idee war so, dass die Arbeit heißt Aufstieg und die Idee war, dass man mit Stühlen diesen Aufstieg, also diesen geschichtlichen Aufstieg zeigt, dass die Stühle so eine gewisse Periode ausüben und hier sieht man, dass diese Unterstühle von Jugendstilzeiten, dann die Übergangsperiode und oben ist so eine konstruktivistische Stilistik bei den Stühlen, das sind so neue Zeiten und weiter ist die Figur von Künstlern, da sieht man das mit diesen bemalten Hemden, so viele Farben und so geht die Geschichte weiter, dass der Künstler immer weiter nach oben und die Geschichte geht auch immer weiter, also das wechselt sich zu und so ist das so mit Balance und Künstler und so geschichtlichen Inhalt ist so eine finde ich so eine interessante, spannende Sache.